Lass uns ein Kind haben, ja? Du hast gehört, was die Ärztin sagte. Das ist nicht witzig, Jim. Aber unser Kind wäre ganz schön witzig. Alles, was sie wollten, war ein Kind. Wäre unser Kind musikalisch? Definitiv. Es bleibt der Wahrheit, Träu. Unser Kind würde rocken. Doch was sie bekamen... Und was jetzt? Wir lassen das hinter uns. ...war ein Wunder. Ich muss dir schnell was zeigen. Hi, ich komme aus dem Garten. ...trefft Timothy Green. Gehört er zu uns, Mom? Dad? Ich glaube, irgendwie schon, ja. Ich wünsche dir einen tollen Tag. So übst du zu viel Druck aus. Ich wünsche dir den Tag, den du hast. Seht die Welt. Du weißt, was ja anders ist. Ja, deswegen mag ich ihn mir so. Dass ich ihn noch mal so lachen höre. Mit völlig anderen Augen. Ihr kommt alle auf den Bauch eurer Mutter? Ja. Wie war das denn so? Ich meine, das ist nicht normal. Unglaublich. Das wird nicht funktionieren, oder? Nee. Das wundersame Leben von Timothy Green. Ich mache das denn so. Okay. Da war ich nur ganz early.